Es ist da. Das Huntsman Knife Tiger Tooth in FN ist jetzt ganz frisch im Stream am Start. Das ganze Ding läuft wieder einfach als Geschenk. Der Stream startet heute Abend um 18 Uhr. Die Streams sind generell jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und nur darin, in den Streams, hat man die Möglichkeit, dieses Knifflchen abzusahnen. Es gibt natürlich auch noch obendrauf kleinere Giveaways, die in jedem Stream stattfinden. Immer. Gestreamt wird auf twitch.tv slash der Dumbabla. Der Link ist auch in der Beschreibung und im angebildeten Kommentar. Merkt euch am besten die Streamzeiten oder haut da den Follow raus, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn der Stream an ist. Und natürlich sollte man auch in die Steam-Gruppe kommen, die Dumbabla. Denn da poste ich eine Push-Benachrichtigung, wenn der Stream startet. So von wegen, hey, jetzt geht's mal wieder los. Und dann bekommt ihr halt unten rechts eine Benachrichtigung und dann wisst ihr, ah, der Stream ist da. Die Streams gehen dienstags immer drei Stunden, donnerstags immer drei Stunden. Und freitags Open End. Da wir da auch erst abends anfangen, also um 22 Uhr, gehen die Streams da meistens so bis Samstagmorgen zum drei oder vier. Manchmal länger, halb sieben. Aber wir versuchen eigentlich um vier Uhr immer Schluss zu machen. Das ist so der Punkt, wo wir sagen, so, machen wir jetzt Schluss. Letzten Samstagmorgen hat man dann so einen schönen Talk-Stream, dass wir halt bis um halb sieben oder so reingetalkt haben. Muss auch mal sein. So an sich gibt es aber immer erst mal CSGO und danach irgendwas anderes. Dienstags meistens TTT, Donnerstags COD oder irgendwas. Da ist gar nichts festgelegt und freitags ist eigentlich auch nichts festgelegt. Wir machen eigentlich fast immer Dinge, bei denen man mit dabei sein kann. Außer ich mache einen Random-Stream. Also neben diesen drei Streams mache ich manchmal einfach so noch einen. Und da spiele ich dann des Öfteren halt eher mal sowas für mich und mache aber halt dazu den Stream an. Also spiele ich ein Singleplayer-Game oder sowas. Auch in diesen Streams kann man ganz normal unsere Stream-Währung sammeln. Die Bubble-Dollar, mit denen nimmt man dann Giveaways teil. Also ja, ist natürlich sinnvoll dann den Stream immer anzuhaben, klar. Dann sehen wir uns jetzt ja gleich um 18 Uhr. Heute ist übrigens auch noch das 99-Damage-Spiel, unser Liga-Spiel. Das startet dann um 19 Uhr 15. Das heißt, wir werden heute nach unserem ersten 4-Year-Game dann auf das 99 umspringen. Dazu werde ich dann eine 2-Minuten-Verzögerung in den Stream machen. Den Stream neu starten mit 2-Minuten-Verzögerung und dann weiter ballern. Da dann bitte nicht wundern, wenn ich auf den Chat nicht mehr so achte, weil wir halt dann in der Liga spielen. Da versuche ich dann zumindest ein bisschen aufs Spiel zu achten und bin dann halt nicht so extrem im Chat, wie ich sonst immer bin. Also, twitch.tv slash der Dumbabbler. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Das Huntsman Tiger Tooth im Wert von ca. 240 Dollar gibt es nur im Livestream. Okay? Das nächste YouTube-Giveaway startet die Tage dann auch. Da muss ich noch gucken, was es gibt. Vielen Dank für eure Aktivität. Haut rein. Wir sehen uns dann gleich im Stream.